Wir gehen in ein Horrorspiel. Five Nights at Freddy's Teil 4 Das soll der schlimmste Teil von allen Five Nights at Freddy's sein. Junge. Five Nights at Freddy's. Das Licht geht aus. Let's go, chat. Oh Gott. Die letzten Teile waren schon echt gruselig. Ich hatte ein bisschen Angst, das hier anzufangen, aber wir kommen nicht drumherum. Wir müssen es spielen. Five Days until the party. He locked you in your room again. Don't be scared. I'm here with you. Oh nein, wir können gehen. Sind das meine Sachen? These are my friends, bro. Ich weiß nicht, ob diese Puppen deine Freunde sind. Vor allem nicht der, der in deinem Bett liegt. Der dich auch noch mit den Augen anguckt, Digga. Yo. Wenn du eine scheiß Puppe im Bett hast, wo die Augen nicht angucken, dann verpissst du dich einfach. Die Tür geht nicht auf. Ich will nicht zu der Puppe da. Geht nicht auf. Nein, ich weine. Tomorrow is another day. Oh nein. Oh nein. Was mache ich jetzt hier? Click to enter the door. Warning. Listen carefully. If you hear any breathing, hold the door shut. Flick your mouse downward to you turn and run better. Es ist schon gruselig, muss ich sagen. Man muss darauf hören, ob man Atem hört. Junge. Allein diese Vorstellung. Und wie kann ich die Tür zumachen? Oder geht die automatisch zu? Hat die Uhrzeit nicht gesehen, jetzt sieht man sie. Wie mache ich denn die Tür zu? Das ist echt gruselig. Das ist echt gruselig. Wie kann denn hier etwas kommen? Das ist doch einfach nur mein Schrank, oder nicht? Guck noch hinter dir. Wie soll ich denn hinter mich gucken? Man kann doch gar nicht hinter sich gucken. Oh mein Gott! Was soll das denn? Ist das normal? Ist das normal? Warum ist hinter mir sowas? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich will wieder mal einer! Bro, ich habe keine Lust mehr auf diese Spiele. Wirklich. Ich habe keine Lust mehr auf diese Spiele. Okay, wir versuchen es nochmal. Das ist kein Spiel, was man spielen sollte. Es ist ein Scheißspiel, Mann! Oh nein! Wieso so schnell tot? Ja, aber Junge, was kann ich dafür? Ja, das war die erste Nacht. Okay, Tag 1. Ja, Nacht 1. Müssen wir auf jeden Fall eigentlich überleben. Tipp bei den Bären hinter dir auf die Nase. Lol! Ha! Digga! Ja! Hey, wie lustig! Woher? Ich kann das nicht mehr. Ich habe nicht die Nerven dafür. Ohne Spaß. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr. Es nimmt alles. Das ist, warum ich das nicht spielen wollte. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Oh, es ist so leise. Es ist zu leise. Ohne Spaß. Oh. Oh mein Gott. Aber einer. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, Chat? Was mache ich jetzt? Da war einer. Ah! Fick dich. 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 Ich bin fertig damit. Ich bin fertig damit. Dieses Spiel wird es nie wieder geben auf meinem Kanal. Nein.